Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12.988 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Unser Schlafzimmer ist der ideale Ort, um sich nach einem langen Tag zu entspannen. Unser Schlafzimmer ist der ideale Ort, um sich nach einem langen Tag zu entspannen. Mein Geschäftspartner weiß genau, was ich will, und schickt mir die richtigen Unterlagen. Mein Geschäftspartner weiß genau, was ich will, und schickt mir die richtigen Unterlagen. Mein Geschäftspartner weiß genau, was ich will, und schickt mir die richtigen Unterlagen. Ich habe vor kurzem eine neue Joghurtsorte entdeckt, die ich sehr lecker finde. Es ist ein griechischer Joghurt mit Honig und Nüssen. Ich habe vor kurzem eine neue Joghurtsorte entdeckt, die ich sehr lecker finde. Ich habe vor kurzem eine neue Joghurtsorte entdeckt, die ich sehr lecker finde. Es ist ein griechischer Joghurt mit Honig und Nüssen. Flohmärkte sind ideal, um günstige Möbel für die Wohnung zu kaufen. Flohmärkte sind ideal, um günstige Möbel für die Wohnung zu finden. Hier findest du die Medikamente gegen Kopfschmerzen. Sie sind alphabetisch sortiert. Hier findest du die Medikamente gegen Kopfschmerzen. Sie sind alphabetisch sortiert. Hier findest du die Medikamente gegen Kopfschmerzen. Sie sind alphabetisch sortiert. Ich habe alles mit meiner Kreditkarte bezahlt. Die Beträge werden nach vier Wochen vom Bankkonto abgebucht. Ich habe alles mit meiner Kreditkarte bezahlt. Die Beträge werden nach vier Wochen vom Bankkonto abgebucht. Ich habe alles mit meiner Kreditkarte bezahlt. Die Beträge werden nach vier Wochen vom Bankkonto abgebucht. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Beträge werden nach vier Wochen vom Bankkonto abgebucht. Die Bet episódischeále Die Betποene Der Bet액 wird nach vier Wochen vom Bankkonto abgebucht. Die Beträge werden nach vier Wochen vom Bankkonto abgebucht. Beim biscem Recht Unternehmen vom Bankkonto abgebucht.